Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kai Schauer und ich möchte Ihnen einen ganz besonderen Linienfolger vorstellen. Dieses filigrane Vehikel ist im Rahmen eines studentischen Projekts entstanden. Für dieses Projekt gab es bestimmte Randbedingungen und zwar durfte es nicht mehr als 25 Euro kosten. Der Linienfolger sollte nicht schwerer als 100 Gramm werden. Für die Bauzeit standen sechs Wochen zur Verfügung neben dem normalen Studienbetrieb. Das gleiche galt natürlich auch für die Modelle der Studierenden. Im Internet kursieren zahlreiche Bauanleitungen für solche Linienfolger, doch in der Regel ist es so, dass diese einer schwarzen Linie auf weißem Grund folgen. Um den Schwierigkeitsgrad ein wenig anzuheben, wurde festgelegt, dass unsere Linienfolger einer weißen Linie auf grauem Grund folgen müssen. Der Kontrast zwischen grau und weiß ist ziemlich gering. Das hat gerade die Auswahl der Sensorik besonders spannend gemacht in diesem Projekt. Bei der Realisierung des hier vorgestellten Linienfolgers wurden Infrarotreflexkoppler angewandt, um die weiße Linie zu erkennen. Die Lenkung erfolgt über unterschiedliche Motordrehzahlen. Das heißt, wenn rechts langsamer läuft als links, fährt er eine Rechtskurve und wenn links langsamer läuft als rechts, fährt er eine Linkskurve. Der Antrieb erfolgt durch Leichtlauf- und Solarmotoren. Die können mit drei Volt betrieben werden, nehmen entsprechend Strom auf und erzeugen ein ganz passables Drehmoment für den Antrieb. Und jetzt kam noch eine Besonderheit hinzu. Im Probelauf hat dieser Linienfolger übersteuert. Das heißt, er kam aus dem Wackeln gar nicht mehr raus. Das Wackeln wurde immer größer und er hat die weiße Linie deutlich verlassen und hat sie auch nicht wieder zurückgefunden. Und um hier eine Dämpfung einzubauen, weil das letztendlich ein Schwingkreis ist, habe ich mich an die Kinderzeit erinnert und habe wie bei einem Lenktrachen förmlich eine Strippe hinten ran gebunden und dort dann rangehangen, bis entsprechend Reibung als Dämpfung erreicht wurde. Der Reibungskoeffizient der Räder spielt auch eine große Rolle. Linoleumboden ist sehr glatt und um die 100 Gramm Gewicht voll in Reibung umzuwallen, um das Moment auf die Rennstrecke zu übertragen, habe ich die Räder mit Schleifpapier beklebt, mit ganz schmalen Streifen, damit dieser Antrieb möglich ist. Die filigrane Bauweise und das Sparen an allen Ecken und Kanten hat es möglich gemacht, dass noch eine kleine Kamera installiert werden konnte, die während der Fahrt Aufnahmen macht. Die Stückliste für den Linienfolger ist überschaubar. Am Anfang hatte ich mich auf 3 Volt Betrieb festgelegt. Dafür konnte ich einen 3,7 Volt Lithium Polymer Akku verwenden. Für ein paar Bauteile sind 3,7 Volt schon zu viel, wenn sie nur für 3 Volt ausgelegt sind. Deshalb ein Spannungsregler noch. Der Arduino Pro Mini. Zwei Motoren, die mit 3 Volt eben arbeiten. Die LEDs müssten nicht sein. Ich habe hier Rot, Grün und Weiß. Rot für Steuerbord, Grün für Backbord und Weiß für die Ansicht von hinten verwendet. Alle Teile zusammen sind für deutlich unter 25 Euro erhältlich. Der Optokoppler funktioniert wie folgt. Eine LED sendet UV-Licht aus. Das Licht wird vom Untergrund reflektiert und gelangt so zum Fototransistor. Der Fototransistor schaltet oder sperrt je nach Lichtintensität. Je nach Untergrund, glatt oder rau, hell oder dunkel, ist das reflektierte Licht verschieden. Diese Eigenschaft kann man zum Schalten verwenden. Die beiden markierten Widerstände, 220 Ohm, sind die Vorwiderstände für die LED- oder Leuchtemitterdiode. Die zwei 3 Kilo Ohm Widerstände stellen förmlich die Empfindlichkeit des Transistors ein. Hier könnten auch andere Widerstandswerte verwendet werden, wenn andere Untergründe befahren werden sollen. Wir haben hier zu Versuchszwecken zuerst mal ein kleines Spindelpotentiometer eingesetzt und daran so lange geschraubt, bis wir den Wert hatten, der für unseren Untergrund optimal war. Die benannten Werte sind auf 3 Volt optimiert. Hier sei nochmal ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis gegeben. Der Umgang mit solchen UV-LEDs ist natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil das UV-Licht das Augenlicht schädigen könnte. Hier haben wir einen kleinen Trick angewandt. Die Kamera vom Handy kann UV-Licht sehr gut sehen, ohne dass sie dadurch einen Schaden nimmt. Wenn man jetzt also den Optokoppler von sich abwendet und den Selfie-Modus im Handy einschaltet, kann man sehr gut auf dem Bildschirm sehen, ob das kleine blaue Licht leuchtet oder nicht, ohne sich dabei zu gefährden. Kommen wir kurz zum Schaltplan. Das Herz der Schaltung ist der Arduino Pro Mini. Er wird im Modus mit 3 Volt und 8 Megahertz betrieben. Weiter unten sehen wir die beiden vorangegangen beschriebenen Optokoppler mit den 220 und 3 Kiloohm Widerständen. Oben finden wir den Spannungsregulator direkt neben der Batterie. Links den Motortreiber mit einem Eingang direkt von der Spannungsquelle und den Leitungen für die Steuersignale, die vom Pro Mini kommen. Die beiden Potentiometer gehen in die Analogeingänge des Pro Minis. Mit denen können wir die maximale und die minimale Geschwindigkeit für die Motoren einstellen. Und unten rechts sehen wir die drei LEDs, die für die Fahrtrichtungsanzeige des Linienfolgers eingebaut wurden. Das Ganze möchte ich auch gerne nochmal zeigen, wie es auf dem Steckbrett zusammengestellt wird. Hier verwende ich gerne das Programm Fritzing, weil es so eine schöne Anschaulichkeit bietet. Wir finden also den Arduino Pro Mini im Zentrum der Schaltung, die beiden Optokoppler mit den Widerständen beschaltet, den Spannungsregler, Motortreiber, die beiden Potis zur Einstellung der maximalen und minimalen Geschwindigkeiten und nicht zuletzt die LEDs für die Fahrtrichtungsanzeige. Schauen wir nochmal das Arduino Programm an. Das ist sehr schlank geschrieben. Wir beginnen mit der Deklaration. Zuerst werden die Pins des Arduino Pro Mini definiert. Das sind hier die Zahlen, also die Pinnummern förmlich. Und die werden bestimmten Funktionen zugewiesen. Motorblock, Optokoppler, LEDs, Potis und noch die Startwerte für die LEDs entweder an oder aus. Nun folgt das Setup. Die vorher definierten Pins werden zu Ein- und Ausgängen definiert. Hier haben wir wieder die Pins für den Motor, die Pins der Optokoppler und die Pins für die LEDs. Nach dem Setup beginnt die Hauptschleife. Die weiße LED wird angeschaltet. Die Werte werden von den Potentiometern gelesen. Sie werden nochmal aufgespannt. Wir lesen Werte zwischen 0 bis 1024 oder 0 Volt bis 3 Volt. Die werden aufgespannt zu werten zwischen 0, also stehen, und maximaler Geschwindigkeit 100. Dann werden die Optokoppler abgefragt. Wenn beide Optokoppler grau sehen, ist ja alles in Ordnung. Dann ist also die weiße Linie in der Mitte. Und Run Motors definiert eine Variable. Das könnte man auch in der Deklaration unterbringen. Aber sie definiert, dass beide Motoren mit maximaler Geschwindigkeit fahren sollen, weil es braucht ja nicht gelenkt werden. Und die LEDs sind beide an. Es könnte natürlich sein, dass der linke Optokoppler grau sieht und der rechte sieht weiß. Das heißt, der Linienfolger muss in die Kurve fahren, um sich zurück auf die Linie zu korrigieren. Also eine Linkskurve. Hier werden wieder die LEDs geschalten, damit alle von außen sehen, ah, ich fahre jetzt rum. Und die Optokoppler werden wieder neu abausgelesen, weil es hätte sich ja eine Änderung ergeben können. Wenn jetzt eine neue Konstellation der Optokoppler sich herausstellt, beziehungsweise die vorherige Bedingung, dass beide grau sein sollen, nicht stimmt. Jetzt wird gefragt, ist der linke weiß und der rechte grau? Wenn ja, mache ich eine Rechtskurve. Der Motor wurde noch geschalten, die LEDs werden geschalten. Und die Optokoppler werden erneut abgefragt, ob sich was geändert hat. Abschließend noch die ausgelagerte Definition der Variable RunMotors. Weil das ein bisschen mehr Text ist und der immer wieder vorkehrt, habe ich den hier ausgelagert. Ansonsten findet sich eben diese Variable immer in jeder Abfrage wieder. Nach so viel Theorie möchte ich nun mal zeigen, was bei dem Projekt rausgekommen ist. Wir sehen den Linienfolger auf seiner Rennstrecke noch ohne Publikum. Das ist eine Probefahrt ohne die anderen. Man sieht sehr gut, wie er um die weiße Bahn schlingert. Die Idee war, dass die Batterie, die man hinten drauf sehen kann, schwer genug ist, förmlich den letzten Punkt vom Linienfolger so stark runterzudrücken, dass genug Reibung besteht, dass das System förmlich gedämpft ist. So schleppt er jetzt im Prinzip wie dieser Kinderlenkdrachen dieses Ende mit den aufgefädelten Muttern hinter sich. Hier alles zusammen, wie es dort fährt, wiegt 97 Gramm, also die 100 Gramm Maximalgewicht wurden eingehalten. Wir sehen jetzt schön von hinten die weiße LED-Leuchten und wie er da vor sich hin schlängert. Jetzt kommt der Linienfolger um die Kurve. Hier kann man sehr gut sehen, wie grün und rot sich abwechseln, je nachdem in welche Kurve er fährt. Jetzt ist er grün, rot, grün, rot und die Kamera, die dort aufgebaut ist, ist auch mit 3,7 Volt versorgt und filmt jetzt während dieser Probefahrt. Abschließend möchte ich mal den Blick von der Kamera, die auf dem Linienfolger mitgefahren ist, zeigen. Das ist natürlich eine ganz schöne Schaukelei. Das Bild ist auch nicht so hochwertig. Die Kamera ist eigentlich als Flycam für kleine Flugobjekte gedacht. Wir sehen sehr gut, dass die weiße Linie in der Mitte bleibt. Jetzt wird die Startlinie überfahren zum wiederholten Male. Wir schlängeln uns um die Kurve des Parcours und jetzt fahren wir sozusagen auf die Konkurrenz zu, die da auf der Strecke steht und ein bisschen langsamer ist. Der Linienfolger wird angehoben und sanft wieder auf die Strecke gesetzt und fährt weiter. Wenn unser Projekt Ihren Gefallen gefunden hat und Sie Fragen hierzu haben, halten Sie sich nicht zurück, kontaktieren Sie uns. Wir möchten Ihre Fragen, auch wenn es zum Studium der Mikrosystemtechnik an der HTW in Berlin geht, gerne beantworten. Bis zum nächsten Mal, Ihr Kai Schauer. Bis zum nächsten Mal, Ihr Kai Schauer.